Willst du sie jetzt so liegen? So, wir haben jetzt fünf unterschiedliche fünf unterschiedliche Böckchen wir haben hier ein Blech Moment, wir sind gerade hier dabei die Geschichte soll es sein, nochmal wir haben hier fünf unterschiedliche Böckchen das ist ein gebogenes Blech, das hier ist Guss hier ist ein Aluminium Böckchen, das ist Messing, das ist Stahl die sechste Seite ist frei, weil das ist auch wieder ein Blech wir hatten kein unterschiedliches Material mehr da haben wir jetzt 16er Plain Steel Seiten drauf und haben die alle gleich gestimmt die haben den gleichen Ton, jetzt hören wir mal was passiert ganz bisschen verstimmt nochmal Stahl Messing Alu Guss Blech Blech Jetzt hören wir mal, was die Gitarre macht, wenn man den Verstärker anschließt Wir müssen ein bisschen lachen. Das ist alles dasselbe. Okay, wir machen das gleich nochmal mit einem aufgesponnenen Reifen.